hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten video im transition process zwei videos habt ihr bisher zugeschickt bekommen und anschauen können was bisher geschah wir haben ein interview gehabt mit marius und matthias bühlmann mit jessica und michael gutenberger und reinhard wederleid im letzten interview video konntet ihr caroline und heiner arzett reinhard rehberg und georgia und martin bühlmann erleben und heute habe ich hier reinhard wederleid und job tut sitzen die sich meinen fragen stellen vielen dank dafür schön dass ihr da seid wir steigen auch direkt ein lieber job du und ich wir haben noch was anderes als nur die beginnende haarfarbe gemeinsam wir beerben zusammen reinhard der unser großes haarfarben vorbild ist ein du gibst an job die leitung für die community ost ab wie ist das für dich wie hat sich das für dich entwickelt erzähl mal ja also gut schön dass wir drüber gesprochen habe super und lass mich ein bisschen ausholen also mein einstieg und diese zunehmende verantwortung in der bewegung habe ich immer so wie eine bestimmung empfunden aber durchaus als nicht eine lebensaufgabe die bis zu meinem tod laufen wird und habe es also einen klar erkennbaren auftrag von gott wahrgenommen und die vorbereitungen dahin und die bestimmten zusagen und eindrücke die schon vorher hatte und die ich nicht zuordnen konnte profitieren die haben das eigentlich auch dann über die zeit sehr deutlich bestätigen können und das hat mich über zeiten hinweg getragen und auch manchmal durch nicht unbedingt über nur einfache zeiten mein auftrag die bewegung mit einem geistlichen blick und im herzen auf jesus und auf die menschen ausgerichtet in eine neue phase und in eine zukünftige struktur eine zukunftsfähige struktur zu führen das war für mich immer irgendwie klar und das bedeutet auch immer irgendwie abgeben irgendwann dass das nun 20 21 22 passieren wird das war nicht unbedingt in meinem gedanken aber es wurde in dem gleitenden übergang und in diesen zeitversetzten übergaben die wir machen wurde es irgendwie immer deutlicher und klarer dass das wohl der richtige ansatz sein wird und solange meine nachfolge nicht geregelt war also es ehrt mich übrigens wenn du das so sagt ich hoffe dass es nicht nur die weißen haare sind die den ihr nachstrebt solange die nachfolge nicht geklärt war fühlt sich das für mich überhaupt nicht gut an es war irgendwie so eine beklemmung es war irgendwie ein druck da aber jetzt wo die nachfolge weitgehend geklärt ist also wir darüber wirklich schon deutlich geklärt haben und es ja auch schon berichtet haben da überwiegt einfach die freude in mir also eine tiefe freude und eine eine innere sicherheit klar loslassen ist nicht immer nur ganz einfach und es ist auch nicht so dass das dass das einfach so egal ist das macht was mit mir dafür ist da viel zu viel herzblut drin ich bin alles aber aus meiner vergangenheit in der wirtschaft gewohnt meine verantwortung loslassen zu können oder auch frühzeitig sich um nachfolge zu kümmern es war für mich immer klar dass es jemand geben muss der meine aufgaben auch übernehmen kann und hey wir sollten uns aber auch nicht so wichtig nehmen es ist nicht immer nur alles von mir und von uns abgegeben also das geht auch ohne mich oder es können andere vielleicht genauso gut oder vielleicht auch noch viel besser und in den firmen in denen ich gearbeitet habe war es eben für mich normal alle zwei bis drei jahre die verantwortung zu wechseln es ging einfach weiter und dann musste ich auch loslassen und jetzt in meiner eigenständigen firmenaktivität arbeite ich vor allen dingen mit projekten sehr intensiv mit menschen in projekten und da entwickelt sich beziehungen und da sind die projekte manchmal schon ein zwei drei jahre in ihrer laufzeit und nach so einem projekt ist es so also es ist eine meiner vornehmlichsten aufgaben mich selber überflüssig zu machen hilfe zur selbsthilfe und da muss man dann auch loslassen das ist für mich also normales leben und ja wie ich schon sagte es hängt herzblut drin aber das ist geht auch generell also entweder ich mache es oder ich mache es nicht ganz oder gar nicht das ist so ein prinzip und wenn man dann natürlich so drin steckt dann ist das klar dass man nicht einfach mal fallen lässt und das wollen wir hier auch nicht sondern es geht ja auch darum mit freude zu bevollmächtigen next generation einzubinden an den staat zu bringen wie du sagst ein erbe zu hinterlassen und unsere berufung ist die nachfolge jesu und die kindschaft gottes und nicht das kleben an irgendeinem auftrag oder an irgendetwas wo ich meine das ist mein baby das ist mein lebenswert und dann gibt es ja auch noch ein leben danach also wir stehen ja auch weiter zur verfügung wir sind ja familie wir machen ja nicht den vorstandswechsel wie in einem unternehmen ich liebe herausforderungen ich bin gespannt darauf was vor uns und in diesem zusammenhang möchte ich einfach auch erwähnen wie sehr es mich freut dass job jetzt es geht uns ja auch darum einfach mal jobs gesicht das ja schon bekannt ist wie ein bunter hund in der bewegung aber trotzdem jetzt mal in der zukünftigen ausrichtung das job eben als teil dieses leitungsteam wird und eine staat geht und dies im kontext mit der nachfolge als leiter der community ost job und ich bekennen uns seit jahren wir sind gemeinsam unterwegs wir schätzen uns wir können miteinander lachen und wir können um sachen streiten und wir können uns vor allen dingen finden wir haben uns immer gut ergänzen können haben als team gut funktioniert konnten kooperativen führungsstil praktizieren uns auf augenhöhe begegnen und da war eine hierarchie im vordergrund und vielleicht durfte ich in der zeit auch ein paar akzente ein paar dinge an dich weitergeben aber zu sehen wie sich bei dir job persönlichkeit potenziale entfaltet haben und du nun für die ganze bewegung in der mitverantwortung im leitungsteam wirksam sein wirst so wie ja auch du jetzt völke und caroline und eine arzt die du schon erwähnt hast total sein werden das sehe ich mit richtiger freude und bedankbarkeit ich glaube dass es für die community ost eine gute entwicklung geben wird dass es keine brüche geben wird du bist ein beziehungsorientierter mensch du liebst beziehungen zu pflegen du magst es mit menschen umzugehen ich glaube es ist so wichtig dass wir das natürlich in jeder umgebung aber auch in der community ost eben noch weiter ausbauen du sitzt mitten in der community ost du bist in berlin also es passt alles wunderbar und insofern empfinde ich dass das gefühl von dankbarkeit und auch das empfinden wirksam sein zu dürfen wirksam sein zu geben dürfen auch in dieser übergabe empfinde ich wie stabilität wie ein gutes fundament weitergeben zu dürfen und immer in diesem gedanken was ist das beste für die bewegung cool dankeschön du hast gerade erwähnt dass das job eben teil des leitungsteams sein wird job da steht neuerung an neue herausforderungen auch veränderungen wie geht es dir damit wir hast du so den prozess bisher wahrgenommen naja ich bin seit 2014 beruflich aktiv für weniger dach und seit dem anfang eigentlich steht dieser prozess an und da haben wir da habe ich alles mit mitbekommen was so in die in diese ganze entwicklung geschah habe bin auch teil davon eigentlich seit seit sieben jahren jetzt und sieben ist ja eine heilige zahlen und sie sind heute 20 21 und ich empfinde dass das leitungsteam oder dieses prozess echt zeit gekostet es war nicht einfach aber gleichzeitig habe ich auch empfunden dass das leitungsteam um martin und georgia und reinhard als co-bewegungsleiter das echt sich die zeit genommen haben einfach jesus zu fragen wie geht es weiter und ich finde dass sie das ich finde dass das trotz diese ja diese lange zeit sage ich mal dass es sehr gut gelaufen ist und ich empfinde dass jetzt diese 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 veränderungen die jetzt dieses jahr stattfinden das irgendwie organisch wirkt und ich bin einfach froh da weiterhin teils davon zu sein genau was motiviert dich denn so für die aufgabe die vor dir liegt was für mich vor allen dingen in forderung steht ist dass wir das ist dass wir mit einem tolles team von menschen genau das weiterführen in dem leitungsteam kontext von weniger dach was was martin und georgia das ganze leitungsteam mit michael jessica reinhardt und so weiter was sie alle was sie alles angefangen haben und mir freut es einfach ein tolles team zu haben diese beziehung weiter zu pflegen und mir verbindet auch sehr viel mit allen menschen die dort im neuen leitungsteam sind ich finde es tolle persönlichkeiten genau und ich habe ja in ich habe ein wenig erstes auch das vor euch gehabt vieles schon mitzubekommen was auch lokal in den den jetzt passiert und wie es rheinland auch schon gesagt hat ich bin ja so ein beziehungs mensch und ich durfte da in dieser ganze zeit wo ich für vina services agiere wahnsinnig viele tolle menschen kennenlernen und ich finde es auch extrem spannend einfach diese diese veränderung veränderung mitzumachen und auch zu unterstützen was lokal in der in den vinyards passiert aber auch was auf die bewegungsebene passiert genau das ja vielleicht noch mal wichtig zu erwähnen job dass du einerseits ja in der community aus schon in der netzwerk verantwortung ist und damit ja schon eine beziehung in die community aus hinein lebst und insofern eigentlich das nur eine wie du schon sagst eine organische weiterentwicklung ist erstens zweitens du machst ja nicht nur services sondern du bist ja auch schon lange unterwegs mit worship and creative arts und hast da eine menge auf den weg gebracht und ich empfinde dass gerade diese beiden dinge zusätzlich zu services und den vielschichtigen themen die sich daraus ergeben dass das im leitungsteam zu vertreten eine eine wichtige sache ist dass wir natürlich auf der einen seite die community aus dort vertreten haben das ist sowieso selbstverständlich weil community leiter sind teil des leitungsteams aber auch das thema anbetung worship and creative arts dort in der leitungsteam zu vertreten und so verankert zu haben als etwas sein grundthema anbetung als ein grundthema als ein man kann ja schon was sagen undenkbaren wert unserer bewegung das finde ich ist noch mal besonders eine steigerung die wir hier mit erleben ja dankeschön das ist nämlich eine ganz gute überleitung also erstens ich hätte ja gedacht dass dich für die aufgabe motiviert ist dass du mit mir zusammenarbeiten kannst aber das war so selbstverständlich dass viele gar nicht mehr ein aber das ist doch klar das ist doch klar aber rein hat du hast jetzt gerade was ganz ganz wichtiges mit reingebracht nämlich job dass du ja auch worship and creative arts leitest und anbetung durch musik und gesang ist einfach so eine so ein grundelement der vineyard und ist eine unserer grundsäulen da würde ich dich gerne fragen so was ist neu was ist neu naja ist die erbe die erbe die und stunden gegeben hat als in der in der bewegung hat sehr viel mit kunst mit kultur mit musik mit anbetung zu tun und wir sind mit mit tolle fantastischen menschen unterwegs wir haben ein steuerungsteam innerhalb von worship and creative arts ich bin der das leitet und gemeinsam haben wir gemerkt wir müssen in den lokalen vineyards in unserer vineyard bewegung im deutschsprachigen raum diese erbe neu entdecken in den heutigen zeit und dass wir und dass wir diese anbetung durch musik aber auch durch verschiedene kunste durch diese menschen die in den lokale vineyards sind dass wir das irgendwie so dass wir das fördern freisetzen menschen zusammenbringen wir haben wir probieren viele dinge aus jetzt momentan laufen diese für mit und anbetung abende wo wir wirklich menschen einladen möchte zusammenzukommen gott anzubeten für die veränderungsprozesse zu zu bilden die in unserer gesellschaft unserer gemeinde in unserer bewegung passieren wir haben auch mit dem song lab angefangen uns liegt sehr viel daran menschen die kreativ begabt sind songs in dem herzen haben die einen ort zu einen ort zu schaffen wo kreativität ins leben berufen werden kann und ja das ist wie wir wollen diese erbe aus der begangenheit neu entdecken und neue wege gehen und wir sind da nicht nur mit musik unterwegs wir sind damit viele kreative künste unterwegs und das wollen wir zusammenbringen bald werden wir auch ein release haben von verschiedenen videos die wir gemacht haben mit verschiedenen formen der kunste die wir zusammenbinden wollen und zu sagen gott ist ein schöpferischer gott und wir sagen auch dass künstler prophet unsere zeit sind und dass musik oder ein bild oder ein text oder ein tanz etwas aussagen kann vielleicht sogar prophetisch aussagen kann dass manchmal worte nichts alles sagen das ist extrem spannend da sind wir auch einfach gespannt was kommt also da hat man auch gemerkt wo die leidenschaft bei job ist das herz voll ist es mit dem mund über absolut und da aber da merkt man gleichzeitig auch weil du sprachst ja gerade auch von den lokalen vinyards da merkt man so dann dein blick für beziehung dein blick aber dein herz auch wirklich nicht auf auf so eine abgehobene ebene zu sein und zu sagen wir wollen dass unsere vinyards davon erfüllt sind und dass das den einzelnen vinyards wirklich dienlich ist dass das finde ich ganz stark weil weil ich merke dass bei uns in der vinyard wir profitieren da auch davon und wollen das auch gemeinsam mit euch neu entdecken was siehst du denn so als zukunftsbild für den bereich worship and creative arts kannst du uns ein bild malen bild malen ja genau wir wollen dass der bereich anbietung und kunst verstärkt im mittelpunkt unserer bewegung und lokale weniger steht und deshalb haben wir auch entschieden auch gemeinsam mit euch dass wir für die dass wir für unser team von worship and creative arts auch eine co leitung als notwendig sehen um mehr ressourcen dafür freizusetzen und ich sehe da ganz klar forderungen und wie du es schon gesagt hat zur vernetzung von künstler von worship anbeter von kreativen menschen in den lokalen vinyards und dass wir miteinander unterwegs sind und dass wir aus den vinyards hinaus in der bewegung agieren können und dass die bewegung als jahres auch dieses gefühl von we are family wir machen das zusammen wir gehören zusammen und wir profitieren voneinander genau das ist das ist etwas was ich als sehr wichtig sehr und dass wir auch eine gemeinsame sprache entwickeln deswegen machen wir auch workshop workshops oder worship workshops in lokale vineyards und wir sehen auch ja neue produktionen die vinyards in die letzte also in deutschsprachigen raum aber auch weltweit merkt man dass sie jetzt auch von 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 den songs und so weiter dass das ist da auch etwas verloren gegangen ist und wir haben als herzenswunsch neue produktionen zu sehen von geschriebenen songs in deutschsprachigen raum in deutsche sprache und genau und das ist das was wir als bild sehen und ein punkt das wir auch noch sehen ist dass wir auch künstler freisetzen um einfluss in kultur in unserer gesellschaft zu haben also künstler aus den vinyards die in der gesellschaft agieren und es wäre cool wenn wir auch eine kultur haben in den lokalen vinyards für ja creative arts also dass zum beispiel eine vinyard ein eine galerie wird für einen abend oder sowas oder dass wir hauszimmerkonzerte machen in unserer hausgruppe kleingruppe oder was auch immer man sie nennt dass da plötzlich menschen um diese kultur und kreativität sich sammeln genau also da merke ich da ist ganz viel kreativer fluss ganz viele ideen und träume und hoffnungen und ich bin super gespannt wie sich das entwickelt und ich finde aber so schön dass du auch gerade herausgehoben hast dass dass das alle so mit daran mitgestalten können dass es wirklich um kultur geht und nicht nur um punktuelle events das finde ich sehr sehr spannend etwas was du auch gerade gesagt hast du hast das wort bewegung immer mal wieder benutzt und da würde ich dich gerne noch fragen wenn du jetzt mitglied des leitungsteams wirst was siehst du für die zukunft der bewegung was bewegt da dein herz naja als ich bevor ich gefragt wurde überhaupt um im leitungsteam zu kommen habe ich für mich eine entscheidung getroffen muss ungefähr vor zwei jahre gewesen sein und da hat gott zu mir gesprochen von diese geist von jose und karl und karl und die die mich kennen weiß dass ich immer wieder mit der gleiche bildestellen komme aber die beiden jose und karl und karl haben etwas anderes gesehen und sie haben eine zukunft gesehen die haben auf die verheißungen die gott ihnen gegeben hat gebaut und ich habe hoffnung und ich bin 100 prozent davon überzeugt dass wir auf einen auf einen guten weg sind als vinyard martin spricht von gärten der hoffnung ich liebe diese dieses wort hoffnung ich habe heute morgen diese gedanken habe dass mein mein leben soll eine hoffnungssohne sein ich wohne so ungefähr 300 meter weit weg von wofür der mauer stand zwischen ost und west und da gab es ja diese no man's land und ich habe das bild gehabt dass das wir in der spannung in der welt und der beziehung zu jesus dieses schon jetzt noch nicht ganz das ist dieses diese diese das ist eine hoffnungssohne sind dass menschen etwas entdecken von von diesem gott und dass wir als vinyard ja genau dass wir jesus mäßig ihnen auf diese hoffnung der für uns ist hinweisen dürfen und genau und ich glaube dass wir als als bewegung an einem ja wie steht von neu kapitel mit jesus und es ist ja ein verantwortung ab geht an die jesus unserer bewegung und ja ich bin froh ich bin ich bin glücklich einfach diese neue land gemeinsam mit dem tolles team und du gehörst dazu zu entdecken und natürlich mit viele viele menschen zu bewegen die mit dem wir das zusammen tun werden und ich habe auch wirklich auch für die zukunft sehe ich auch unsere generation von 18 bis 26 26 jähriger weil ich bin so ein bisschen wie reinhard wenn ich in eine verantwortung kommen dass ein von den ersten dingen die ich anfangen zu tun ist zu schauen wer könnte der nächste sein wer könnte verantwortung in die zukunft übernehmen und ich habe versucht immer diese blick zu haben ja cool vielen dank ich finde das so schön dass du sagst ich habe hoffnung und ich glaube das ist etwas was wir in diesen zeiten ganz besonders brauchen nämlich einen hoffnungsvollen blick nach vorne zu haben auch wenn es sich ein bisschen unsicher anfühlt du hast gerade noch mose angesprochen reinhard ich möchte ich nicht mit mose vergleichen wenn wenn dann wurde ich immer mit abram verglichen aber würdest du verglichen das finde ich spannend lass uns irgendwann mal darüber reden aber dennoch bist du ja natürlich jetzt in der situation verantwortung abzugeben während für mein hund kommt während für job was neues beginnt endet für dich ja auch etwas und dennoch bist du ja weiterhin teil unserer bewegung und deshalb möchte ich dir aber diese frage auch stellen was siehst du denn für unsere bewegung für die zukunft ja gerne also ich sage manchmal ich bin berufsoptimist und das das meine ich sogar ernst also es ist einfach eine haltungsfrage wie stehst du zum leben und wenn wir mit jesus unterwegs sind also wie kann es da angehen dass wir keine hoffnung mehr hätten und insofern teile ich da das was job gesagt hat und ich finde es ganz wichtig dass wir auf der einen seite schauen was ist unser erbe zum beispiel wenn wir über wasche bei creative arts wenn wir über music und anbetung gesprochen haben das finde ich wichtig und gleichzeitig müssen wir auch aufpassen dass wir uns nur darauf fokussieren sondern auch offen sind für neues die die neu auf uns zukommen ich glaube es kommen einige dinge auf uns neu zu die gesellschaft verändert sich die umgebung verändert sich und insofern sollten wir beides in einer guten balance im blick behalten und vor mir sehe ich einfach ein also das ist jetzt auch nicht ein zukunfts zukunfts bild sondern das ist etwas was ich aus der gegenwart heraus ableiten vor mir sehe ich ein team von jesus motivierten geistlich vitalen menschen die vielleicht ein stück weit auf dem fundament das wir vorbereiten durften das erleben was wir selber uns vielleicht sogar in der zeit unserer verantwortung auch erhofft haben aber manchmal kommt so etwas nicht mehr also wir haben wir waren gerade beim rosen da konnte auch nicht der konnte zwar dinge sehen aber nicht alles erleben und manchmal kommt kommt die dinge erst nach dir und ich erinnere noch immer an eine konferenz wo wir über diese second gesprochen haben und wo auch die frage im raum stand bist du in der lage zu akzeptieren dass sich das was wir selber träumst erst in der nächsten generation vielleicht in deinen kindern und so sehe ich vor mir durchbrüche erweckung in unserem land und ich glaube fest daran und ich habe diese hoffnung ich bin überzeugt davon und ich möchte das nicht mit tremor und 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 gehstock erleben sondern ich möchte das noch vorher mit euch zusammen erleben ich träume von gründung von vinyards von gesunden vinyards die wachsen und die sich multiplizieren und diese vinyards nämlich die gärten der hoffnung wo wo glaube lieber hoffnung ein zusammenhang hat aber wo die hoffnung die menschen so anzieht dass sie glauben finden und dass sie liebe sie einnimmt die auch mit der wir sie umarmen können wo menschen zuflucht finden in dieser gesellschaft zuflucht wo eine gesellschaft zum teil hoffnungslosigkeit einflüstern möchte und ich sehe junge menschen wie dich völke oder alte wie dich die das hand nehmen und den unterschied machen in dieser welt und eben halt damit halt und hoffnung geben ja und ich glaube einfach mit 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 in vinyard auch das was wir gemeinsam an den start bringen konnten und noch dabei sind das zu tun mit diesem vinyard to grow was nicht nur eine ag in der vinyard ist sondern was zu einer bewegung werden soll in der bewegung wo wir sagen dass vinyard to grow ist etwas etwas essentielles das ist im zentrum unseres denken und handeln zu unserer haltung damit drücken wir doch eine hoffnung aus vinyard to grow wir wollen wachsen wir wollen gedeihen wir wollen dass es gesund zugeht dass etwas neues erwächst und ich sehe das thema beziehungen als eine unserer ganz großen stärken der bewegung wir haben werte und das beziehungsthema steht wirklich im gleich also in gleicher bedeutung daneben und ich denke dass es noch mehr bedeutung haben darf wenn wir über beziehung reden weil das ist das wonach sich die menschen sehen in einer in einer welt in der beziehung immer distanzierter wird wo sich die menschen aber ausstrecken nach beziehung aber gleichzeitig in dieser schnelllebigkeit in dieser atemlosigkeit dieser gesellschaft das thema beziehung häufig untergeben und dann gibt es da ein ein feld was ich auch noch sehr und wo es vor einigen jahren in einem staff meeting da hatte ich auch ein bild und ich sehe mich heute noch da gibt es irgendwie ein video darüber das thema das thema einheit durch vielfalt ist etwas was jetzt auch nicht von hier neu erfunden wird sondern ganz im gegenteil das ist ein thema was ich über die letzten jahrzehnte jahrhunderte fast hinzieht und gleichzeitig glaube ich dass wir als vineyard bewegung dort ein auftrag haben ich habe jedenfalls ein herz dafür darin auch unabhängig von allem was an verantwortung oder aufgabe in der bewegung auf mich vielleicht noch warten mag das ist ein zentrales thema ich glaube wo wir uns finden können dass wir das das was uns verbindet suchen und nicht das trende immer in den mittelpunkt stellen und dass wir verstehen dass wir viel mehr bewegen können in dieser gesellschaft wenn wir schulter an schulter gehen und sich in irgendwelchen theologischen auseinandersetzungen verlieren damit meine ich nicht liberalität damit meine ich konsequente jesus nachfolge aber in dieser konsequenten jesus nachfolge das gemeinsame suchen und den leib jesu als ganzes zu betrachten die ganze kirche seine kirche als ganzes zu betrachten und hier können wir als vineyard glaube ich als bewegung akzente setzen und in die gesellschaft hineinwirken und deshalb glaube ich hoffe ich mit freude mit mit hohen erwartungen an das was in der bewegung noch und in der gesellschaft noch auf uns zukommt dass vineyard dort wichtige akzente ihr dort ganz wichtige akzente setzen sein vielen dank lieber reinhard ich finde es ganz schön dass wir mit diesem hoffnungs gedanken quasi enden und ich wenn ich mir was abgucken möchte von dir dann dieses berufs optimist sein das ist ein ganz schöner begriff vielen dank euch beiden dass ihr euch meinen fragen gestellt habt wir kommen jetzt zum ende unseres interviews nämlich und ein kleiner ausblick es werden noch videos folgen wir arbeiten an einer reihe die heißt fünf minuten mit da werdet ihr demnächst kleine clips finden mit verschiedenen personen aus der bewegung und deshalb haltet die augen und ohren offen da kommt noch was euch beiden vielen dank es war spannend euch zuzuhören und ja ich bin sehr sehr gespannt was noch kommt was ich aber schön finde ist dass wir immer diese hoffnung in jesus haben und dass er uns zu einem blühenden garten der hoffnung macht diesem sinne vielen dank und bis bald danke dir tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020